hey leute was geht ab back am start heute bin ich wieder mal am start digga und ja heute mache ich ja mal blind reden aber ich will noch etwas dazu erzählen ab 50 abonnenten 50 abonnenten ich zeig es safe was ich verlose ja ich habe es eben in den tag ich verlose og drachenbrüste ich verlose dann auf meinen 82er langsbrecher dann noch ein osterwerfer 82 vielleicht sogar meinen ersten abonnenten lebenskuchen kanone lebkuchen kanone und ja vielleicht noch zwei und ja und ja ihr könnt ja diesen martin 1800 ich habe ja einmal gern auch durchs kämpft an ihn gemacht da hatte sie in kommentaren gestiegen machen fox und können weiter zu machen mit freden und so können wir immer weitermachen und also geschieb macht keine fox so sehr ich fand so witzig und ja ich hätte mich echt gefreut dass wir heute so um die 20 gleich geschaffen und ich glaube ja und die 50 prozent an meine haben noch nicht abonniert wieder drückt mal abonnieren dass er ich hätte mich vom herzen gefreut ja und ja machen jetzt die 20 kurz hallo 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 mal bin ja okay ja vielleicht ja okay ich sag vier einmal sortieren zum weiter reihe erste seite zweite zweites erste zweite erste nein zweite reihe erste seite aber warum warum okay sagen du mir du musst wie viel oft sagen wie oft ich sortieren soll ja 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 du bist bei mir zu können sie kommen vierte reihe oh mein gott oh mein gott bei mir tut es tut mir vom herzen leidiger wenn du so vierte reihe letzte zeit uns getan hätte setzt du was so geiles bekommen du hättest einfach 30 platte dort ist einfach von 30 effizienter bekommen ich schuhe auf alles so nicht ein gang das spookspistole okay vier mal sortieren dritte reihe zweite seite ja ja liebe gerne liebe gerne 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 ab gesagt du sag shop 1 2 3 4 jahre und du bist meine neugierst du dir die fünftere reihe und das erste item jetzt echt das erste item über legst du noch ja echt ohne spaß den bräuchte ich sogar für abonnenten aber scheiße okay fünfmal sortieren nein einmal sortieren vierte reihe zweiter seite dritte machen wir so ja aus der seite erste seite ja kann ich lieben wenn es mit sind ja hier vorne ist das na ja den kann ich lieben gesagt stopp warte kurz so sagt ja um spieler video Ich traue mich nicht zum Dropen. Mein OG. Mein OG, let's go! Let's go! Der Dach von hier kann ich auch leben. Der war einfach. Der war einfach. Oh mein Gott. Ich hab' den Berater. Oh mein Gott. Zweimal sortieren, dritte Reihe, vierte Seite. Zweimal sortieren. Dritte Reihe, vierte Seite. Dritte Reihe, vierte Seite. Nein, nein, machen wir erste Reihe, fünfte Seite. Da ist immer die besten laufen. Erste Reihe, fünfte Seite. Ey, Digga, was hast du? Ich werd doch leider broke von denen. Guck mal, ich brauch noch ein bisschen von denen. Ich brauch noch von denen ein bisschen. Ja, hast du gemacht? Du hast so pech, Digga. Du warst neben meinem Obsidian. Ich hab' den Malachis, Digga. Was? Geh weg. Du darfst gucken. Geh weg, glaube ich. Okay, tschüss. Es war ein Schloss daneben. Dann hättest du als Eintritt mal nach YouTube bekommen. Aber Digga, weil ziemlich nicht so ab, Alter. Ich hab' den noch verfallen, ja. Willst du mich am Arschbatterien? Die nehm' ich ja gleich auf. So. Danke. Und vorne? Ja. Sag. Was hirst du? Äh, ja. Ich bitte nicht bei meinen OG-Waffen. Bitte nicht bei meinen OG-Waffen. Nein, das ist meine OG-Waffen. Nein, 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 nein. Zweite Reihe für dieses Eintritt. Doch so Pech. Doch so Pech. Ich hab's vergessen. Das war's, ich muss noch einmal sagen. Ich hab's total vergessen. Ja. Ja, du Kier? Ja. Stopp. Ja. Hm. Zweite Reihe? Digger die braucht ich kann dir die nicht geben, ich kann dir die nicht geben, ich kann nicht, ich kann nicht, ich brauche die für Abonnenten, ich kann nicht, du musst, du musst, du musst, du musst, Esel, ich hasse dich, ich hasse dich von meinem Herzen, okay, zweimal sortieren, zweimal sortieren, erste Reihe, 14, Seite, erste Reihe, vierte Seite, danke, das wollte ich schon immer, das wollte ich schon immer, ohne Spaß, das sieht voll geil aus, Bam, 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 das ist wahrscheinlich jetzt an meinen Abonnenten, Leute, ihr könnt einfach alle das Schwert gewinnen, oh mein Gott, ich tue das gleich in Lager, dass du es mir nicht wieder abziehst, Lager, okay, so, ja, ich sortiere, Komşius. Bei V چuze? Bei V beta, bei schuze. Bei schuze? Bei schüte, bei schuze. ich brauche ja ich weiß was war bei gar nicht gibt dann einfach das hier hey hast du hast du obsidian ich brauche abonnenten ich brauche abonnenten für diese quecksilber hast du hast du ein bisschen obsidian ich brauche aber für diese quecksilber hast du ich beende hier das video ihr könnt einfach das kaste schritten und man sieht man sieht sich leute an alle abonnenten morgen leistin 15 uhr 15 uhr schreibt alle ein verlosung kommt richtig fest man sieht